Mein Name ist Stefan Frey, ich bin Inhaber von der Schlosswerkstatt in Heidenheim und zu jedem guten Werkstatt gehört auch qualitativ hochwertiges Werkzeug. Der Simplex 40 Hammer, der hat einen schwarz-roten Kopf mit einer Klemmung, ist ein Wechselkopfhammer, das ist eigentlich so der Standardhammer, den eigentlich jeder kennt in dieser Art. Was ich aber auf was ich eingehen möchte, ist eigentlich den Hammer, den wir hier täglich einsetzen. Also das Ding macht richtig Spaß, mit dem Hammer hat man wesentlich mehr Power, wie mit dem Modell hier. Man sieht es auch, der ist schwer in Gebrauch, der ist seit eineinhalb Jahren bei uns im Gebrauch. Der splittert nicht, also aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist das ein riesen Vorteil, dass eben nichts passieren kann. Da sind auch Wechselköpfe drin, man kann ihn hier tauschen vorne, man kann die Backen aufmachen, die einzelnen Köpfe reinmachen. Dadurch ist es auch relativ günstig. Er hat einen verstärkten Stiel, man hat einen super Griff mit dem Teil. Und wenn Sie zum Beispiel machen müssen, ist das Tragführungsgelenk. Wenn es fest sitzt, kann man Querling runterziehen und draufhauen, dass man im Prinzip genug Zugkraft hat, auch mit wenig Raum im Radkasten zum Beispiel, dass man die Sachen loskriegt. Das ist ein absolutes Super-Sachheitel Hammer. Das hier ist das Modell Super-Kraft. Der Hammer zeichnet sich aus, dass er rückschlagfrei ist, dass er austauschbare Nylon-Einsätze hat. Der hat einen ergonomischen Griff, wo man im Prinzip auch mit dem Kfz-Alltag, so wie ich jetzt hier mit schmutzigen Fingern, eben nicht abrutscht. Der hat einen langen Stiel, dadurch hat man sehr, sehr viel Schlagkraft. Riesenvorteil ist eben diese Nylon-Fläche, wenn man auf eine harte Kante draufschlägt, da splittert nichts ab. Also Betriebssicherheit ist top. So, hier haben wir einen Achsschenkel, eine Radnarbe. Schon locker. Hier sehen wir jetzt einen Radwechsel, ein klassisches Beispiel in der Kfz-Werkstatt. Das Rad sitzt fest, Schrauben sind gelöst. Bei uns in der Werkstatt gibt es da von der Firma Halter den Blackraft Hammer. Besonderheiten an dem Hammer ist, dass er rückschlagfrei ist, Polyurethan umwandelt komplett. Der hat einen Riesenvorteil und zwar kennt das eigentlich jeder Kfzler, dass im Prinzip, wenn die Räder fest sitzen zur Räderwechselzeit, das extrem zeitraubend und nervend ist, wenn man das Rad nicht runterkriegt. Mit dem Hammer kriegt man das geschont runter, die Folge, indem man von der Innenseite gegen die Aluminiumfolge schlägt. Man kann extrem viel Kraft aufbringen mit wenig Aufwand. Tut sich halt extrem leicht mit dem Gerät. Das ist ein super außerhalb des Teils. Auch hier, bis zumicker. Untertitelung des ZDF, 2020